Ja, wollen, dass du es gesagt hast, dass du gesternst hast, dann kannst du gucken, dass du krummst. Ich denke, dass du nassig bist, dass du lebt, wenn du das ganz bescheidest hast. Ich gebe mich gern alle Augen, als Seelsteller, im Nachhinein, willkommen, Hülscher. Es waren flotten da, es waren schenkende, schief für ihn, komm und steck, und er sich sehr hart hoch auf den Allemdecken auf dem Sportplan. Es war ein Fährekampf, es war ein Herdekampf, aber ich höre immer noch mit denen, die gewonnen hat, ob man geflotten hat am Trapensbüßler, am Treckwerk, und jetzt, wie gesagt, die Bersala-Güß, die schmengelte nach Hollisch, die geht erst alle durch den Weg. Und ich heule auch nicht durch den, als, wie du gerade gesagt hast, die Weltmöglichkeiten-Türk-Komitee, und jetzt will ich aber auch eine Messie suchen, die effektiv, die ich gemacht habe, handelte Kulissen, es war eine Krankheit, es war auch eine Zeit, die viele Reisbüderung gefordert hat. Es war nicht so einfach, aber drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, binnen Wollen, von einem ganz freiwilligen Drogen, das doch noch been zu setzen. Wollen wir uns für eine Auslande wissen, wie es progieren, aber es war nicht so einfach, dass ich mich auf den Weg vertreibende Drogen, und das war ich nicht so einfach, schlimmer, dass ich mich nicht so einfach nicht so einfach nicht so einfach, dass ich mich nicht so einfach nicht so einfach, weil ich mich nicht so einfach an den Weg mache, Vielen Dank, Janne Goebbelsch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wie ich denke, das war die Fugiesch, Supermann. Vielen Dank. Vielen Dank. Für den nächsten Podium, wir machen den Podium frei, vier Eliten so konkret, und wie viele Blösslinge kommen. Wir sollen ein paar Lovol abholen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Auf der 6.0, Spezialist aller Disziplin. Das hier kommen Sie, und das ist es später. Christian Pauls, Kampion! Lundkampion! Drei Mal war ich. Ja. Drei Mal champions, am kontra La Montre. Einem champion war, bei den Junioren. Einem bei der Elite. Kontra La Montre, wir haben immer gut. und haben die Kurs zwei Champions Titel gefreut. Ich erinnere dich, ich erinnere dich. Wer war ein Leckbensch, der ist ein Polis-Rett. Der ist ein Polis-Rett. Der ist ein Rettungs-Rett. Der ist ein Rettungs-Karriere. Ich erinnere dich, die gute Resultate, die Sparke Bayern-Rundkampen. Mit dem, der Herr Jassen, die Never-Ending-Story, Christian Pauls! Für ihn an, der Herr Jensen ist ein Klavier стол. Und er hat jetzt die Heldeurs實 der Präsident der Komitee des Organisations Russland, auf wen der Michael largement verdient. Dritter, Tim Diederich, Brüsselweiss. Dritter, Tim Diederich, Stuttgart, gut, was du warst. Ich bin kurz zugefangen, kurz zu rennen, muss man sagen, wenn in Düsseldorf ein excellentes Land, vielleicht geschnitten können, sonst hüllen wir auf dem Podium stehen, ich bin auch hier in der zweiten Station, raus und her, Tim Diederich, Wie gesagt, als Podium hier. Und dann kommen wir hier für uns Laureate und Felix Dorsen, Kamil. Oh, ja. Wir haben zu gehen. Hallo. Felix Dorsen hier für uns. Auf der Wettbewerb dann. Schwarz-Echenbatterie, die Stadt Frank Ernst, Frank Rosner, Kamil. Und die Prisant für uns Laureate und heute zu feiern. Bis dann, oh ja. Oh ja. Oh, wir müssen doch noch mehr von vorgesehen. Okay, super. So, voilà. Ja? Dank Ihnen. In dem Moment ganz hohes zu sehen. And not so now in. Not so now in. Not so now in. Thank you. Thank you. Thank you. ا, also in hands quies." Und dann, oh ja. Und dann, oh ja. Amen. Köszönöm.